Norddeutscher Rundfunk 2021 Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Karl-Heinem Hegner und ich komme aus Schweden. Aber ich wohne in Ikea. Meine Eltern haben mich zusammengesetzt mit einem Imbus. Aber es fehlt immer ein paar Schrauben. Sie haben das nicht richtig eingezogen. Aber ich komme wirklich aus Schweden und ich will das zeigen. Guck mal. Magic. Oh nein, warum? Was mache ich? Ich muss eine verrückte Person sein. Was ist das? Ikea. Ist es nicht unglaublich, dass man einen so großen Tier in kleinen Käffi stecken könnte? Ich will sehr berühmt werden sein in Schweden. Und ich denke, was ich mache, ist Hochunterhaltung. Hoch Niveau. Aber wenn ich war jünger, habe ich eine schräge Nummer gemacht. Das war vielleicht ein bisschen unter meinem Niveau. Aber ich kann heute eine alte Nummer von meiner alten Zeit machen. Wenn Sie das wollen. Diese Nummer ist Verschwinden-Menschen-Nummer. Und dann brauche ich einen Mensch vom Publikum. Aber meine Versicherung ist nicht gut genug. Ich brauche einen von das Haus. Ich frage Stefan. Hast du einen Mensch, den du nicht brauchst? Äh, einen Mensch, den ich nicht brauche. Moment mal. Gucken wir mal hier. Hallo? Hallo. Hier, ich habe einen. Hallo. 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 Ja, danke. Danke. Bitte. Ja. Ich lasse dich verschwinden lassen mit Zauberrei, aber du kommst zurück. Wirklich? Ja, nicht direkt, aber später. Vielleicht will ich ja gar nicht zurück. Was? Vielleicht will ich gar nicht zurück. Das ist nicht mein Problem. Ich habe die totale Kontrolle. Ich bin kein Kinderfernsehen in Schweden. Aber das ist kein Problem. Ich weiß, was ich mache. Ja. Ich bin professional. Ja. Ich habe das gemacht. Ja. Es ist kein Problem. Ich bin gedanktvoll, dass ich hier bin. Let's ... Ich bin ein Kassett. Ich bin ein Kassett. Ich bin ein Kassett. Mama, yo quiero, Mama, yo quiero, Mama. Una Mesa grande, una Mesa grande La Mesa grande, una Mesa grande, una Mesa grande La Mesa grande, una Mesa grande La Mesa grande, una 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 Mesa Nummer sehen wollen. Am 16. bis 21.2. spielt er in Berlin in der Bar jeder Vernunft. Vielen Dank. Das war's für heute. Morgen bei uns ist...